What I like about you. Mitten ins Herz. Von Marissa Kanter. Es liest Madia Kelling-Bergner. Posts werden freitags um 18 Uhr östliche Sommerzeit hochgeladen. Folge 1 ist jetzt online. Kells at One True Pastry vor 55 Minuten. Hi, oh mein Gott, ich kann nicht mehr. So toll. Kells vor 50 Minuten. Ich kann nicht glauben, dass erst eine Folge raus ist und Nash Stevens 27 hat mich jetzt schon erledigt. Ich weiß mit absoluter Sicherheit, dass Rex mir das Herz brechen und meine neueste Sucht werden wird. Seht euch das an. Nash Stevens vor 6 Minuten. Wow, danke, One True Pastry. Direktnachrichten. Nash Stevens. Hey, nochmal danke für das Shoutout. In den letzten 10 Minuten habe ich 150 neue Follower reinbekommen. Wie hast du das angestellt? Kells. Zauberei. Nash Stevens. Ich hatte nicht mal eine Ahnung, dass du meinen Blog liest. Kells. Wegen deiner Besprechung habe ich Maus gelesen und es hat mein Leben verändert. Ehrlich. Nash Stevens. Das ist das Netteste, was je jemand im Internet zu mir gesagt hat. Kells. Gern geschehen. Kannst mich als Fan betrachten. Nash Stevens. Glaube, du bist mein erster Fan. Niemand im Real Life weiß wirklich, dass ich das mache. Oder wusste. Schätze, jetzt wissen alle Bescheid. Kells. Ja, so ist das im Internet. Mal daran gedacht, ein Pseudonym zu benutzen? Nash Stevens. Wer sagt, dass das keins ist? Kells. Okay, der geht an dich. Moment mal. Geht er nicht. Du hast das selbst angedeutet, als du meintest, jetzt wüsste jeder Bescheid. Nash Stevens. Affe hält sich die Augen zu Emoji. Kells. Jetzt, wo du dich als Künstler geoutet hast und alles, muss ich einfach fragen. Hast du deinen Blog selbst designt? Ich versuche, meinen seit Monaten zu individualisieren. Aber ich bin so beschissen in HTML, dass ich ihn am liebsten in die Luft jagen würde. Nichts kommt so raus, wie es in meinem Kopf aussieht. Nash Stevens. Oh, ich meine, ja, aber das ist nichts Besonderes. Ich kann dir ein paar von den Links schicken, mit denen ich angefangen habe. Wenn du mir das Rezept für diese Red Velvet Cupcakes gibst, die du gestern hochgeladen hast. Kells. Lol. Keine Chance. Die Blumen sind verblüht. Um mich herum sehe ich nur orange und auf der Suche nach einem Ladegerät für mein Handy habe ich die Sachen aus meinem Koffer im ganzen Zimmer verteilt. Überall liegen Klamotten. Ich meine, überall. Man würde nicht darauf kommen, dass sich unter meinen in Haufen verstreuten Sachen weißer Teppich befindet. Aber ich hatte einen guten Grund für dieses Chaos. Die bisher wichtigste E-Mail meines Lebens könnte bis 17 Uhr in meinem Posteingang aufschlagen und ausgerechnet jetzt ist mein Handy tot. Soweit ich weiß, könnte die Mail jetzt schon auf mich warten. Betreff. Cover-Reveal von Zwischen den Lügen lesen. Du bist nicht würdig. Betreff. Wir haben den Cover-Reveal an Entertainment Weekly gegeben. Und wer bist du überhaupt? Betreff. Wenn du glaubst, das wären viele Instagram-Follower. Ich werfe eine letzte Wolljacke beiseite und entdecke... Nichts. Der Koffer ist leer. Ich blinzle. Mein Ladegerät ist nicht da. Aber wo könnte es sonst sein? Ich weiß, dass es nicht in meiner Handtasche ist. Trotzdem sehe ich ein drittes Mal nach. Ich kann mir nicht mal eins ausleihen. Der Entschluss, bei Android zu bleiben, obwohl alle in meiner Familie iPhones haben, war wohl buchstäblich die schlechteste Entscheidung meines Lebens. Ich bin jetzt seit drei Stunden und 33 Minuten offline. Und ich kann mir ungefähr 333 Dinge vorstellen, die inzwischen passiert sein könnten. Mein Handy hat sein tragisches Ende gefunden, als es gerade dabei war, das Postfach zu aktualisieren. In der zehnten Stunde der zwölfstündigen, endlos scheinenden Fahrt von Charlotte, North Carolina, zu meinem neuesten provisorischen Zuhause in Middleton, alias Irgendwo im Nirgendwo Connecticut. Ohne ein Ladegerät ist meine einzige Verbindung zum Reich des Normalen abgerissen. Stattdessen sitze ich hier fest, ohne Internet, mit verblühten Blumen, meinem absolut nicht wiederzuerkennenden Grandpa und orangefarbenen Wänden. Ich hasse Orange. Selbst beim Regenbogen wäre es mir lieber, wenn das Rot direkt zu Gelb springen würde. Dabei habe ich mir dieses Orange selbst ausgesucht. Kurz nach unserer Ankunft bin ich in Tante Liz' Horror-Kinderzimmer aus den 1970ern marschiert und habe es in Beschlag genommen. Ich weiß, morgen früh werde ich das bereuen. Aber jetzt gerade brauche ich dieses Zimmer. Es ist die einzige Stelle, die sich noch so anfühlt wie das Haus meiner Großeltern. Alle anderen Räume sind renoviert und modern. Überall stehen Glastische und unbequeme, cremeweiße Möbel und es wurde frisch gestrichen. Kein Garten mehr. Keine Bilder. Keine Bücher. Grandma wäre entsetzt. Herr Lee? Ich blicke auf. Olli steht in der Tür und wedelt mit meinem Ladegerät. Keine Ahnung, wie das zwischen mein Zeug geraten ist, sagt er. Ich auch nicht. Aber das macht nichts. Es ist hier. Du bist mein Held. Ich schnappe mir mein Handy vom Boden und strecke die Hände aus, weil ich damit rechne, dass Olli mir das Ladekabel zuwirft. Was er nicht tut. Stattdessen lehnt mein 15-jähriger Bruder sich mit dem Rücken an den Türrahmen und lässt sich die hellbraunen Haare in die Augen fallen. Mom hat gleich den nächsten Heulanfall. Dad reagiert allergisch auf Scout und Grams schimpft über den Aufstieg des Faschismus. Eben hat er mich angesehen und gefragt, hast du überhaupt eine Ahnung, was Faschismus ist? Dabei weiß inzwischen jeder, der auch nur eine Gehirnzelle besitzt, was Faschismus ist. Hab ich natürlich nicht gesagt. Ich trete einen Schritt auf ihn zu und lege eine Hand auf seinen Arm. Olli. Er atmet genervt aus. Das hier ist auch für mich schwer, okay? Ich brauch dich da unten. Ich bin hier versackt, sage ich. Tut mir leid. Alles sieht so anders aus, meint Olli. Ich weiß. Grandpa trägt die gleichen Nikes wie ich. Ich weiß. Vielleicht war das hier... Olli lässt den Satz auslaufen, ohne ihn zu beenden. Ein Fehler. So geht Ollis Gedanke zu Ende. Das weiß ich, weil ich dasselbe denke. Ich drehe Grandmas Halskette mit dem Hamza-Anhänger zwischen den Fingern. Es ist erst ein halbes Jahr her. Olli nickt. Sollen wir deine Mails unten ansehen? Zusammen? Gehen wir, sage ich. Olli legt mir das Ladegerät in die Hand und ich lächle. Olli weiß über meinen Blog Bescheid. Er weiß, wie wichtig diese E-Mail ist. Er hat meine Bewerbung für den Cover-Reveal fünfmal gelesen, weil er der Beste ist. Er liest die Young Adult-Romane für mich und ich bemühe mich seinetwegen, die Baseball-Tabellen zu verstehen. So sind wir einfach. Ich folge ihm die Treppe hinunter und durchs Wohnzimmer in die Küche. Ich folge ihm die Treppe hinunter.